Willkommen an Let's Play Together Two Worlds mit dem Solo Weißt du wie scheiße das ist, wenn ich mein Let's Play früher angefangen habe als du, du deine Let's Play Ansage aber danach nochmal machst, aber ich meine Ansage schon davor gemacht habe Hast du? Ja Oh Egal Sag mal Hallo Hi Hi Egal Naja Wie immer sind wir halt in diesem... Hi, hi, hi Jo, hi, 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 hi Schieß, wieso schießt du da? Ah, und dann schießt nichts So kann ich dich voll töten? Echt? Ich weiß, ich weiß, dann kannst du mich mitnehmen in den Tod Ich stehe dich praktisch noch unten Mit der Methode Von der Selbstmörder Du mörderst dich selbst Oder irgendwie sowas im wahrsten Sinne des Wortes Ich komm nicht rüber Egal Komm dich rüber, let's fail Was ist das? Ich komm nicht hoch jetzt Ich komm nicht hoch jetzt Da, das hier, das da, das ist der Solo Schieß dich nicht mal an Du hast die Flagge Komm Du hast die Flagge Stink Er stirbt einfach nur Er stirbt einfach nur Alter, ich spawne hier grad Bisschen mehr Respekt Also, nein, ich hab grad dein... Ey! Ey! Ah! Einfach nur so geil Ich flieg so Ah! Du fliegst hinter mir her Das ist nicht lustig, wer bald stirbt Außer es ist ein... Warte, was ich jetzt mache Ich mach jetzt so einen auf Wie heißt das? Warte auf mich Warte auf mich Ey, das ist mein Mannesleifer Da ist noch eine Ah! Gib's noch! Gib mir! So, ich hab das Schotti Was ist denn... Ich lege die ab! Ich lege die ab! Ich lege die ab! Haha! Die Sternbomber AAAAAAAA Na, 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 Na! Ich hab die... Ich hab die... Ich hab die... Ich hab die Schlager! Drei Hinter mir... AAAAAAAAa, oOOOOOOOOOO Na, Nimmis! Tivo, fick dich. Ich bin grade am Zocken! Okay Grundbeugling. Drück F4. Danke. Und meins. So geil. Ich bin einfach mal hier mitgenommen. So einfach nur ohne Grund. Ich bin einfach mal hier mitgenommen. Oh, das ist so. 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 ich glaub das ist nicht da aber der ist noch im Spiel hier Zono Zono bist du noch im Spiel Naja egal So und erst mal die Schottie Jetzt hör ich dich! Halleluja! Ist es mich? Ja ich hör dich Alter die Ich werd grad mitgenommen! Hilfe! Meister merkt es mich hier Aua! Äh Nein Nein Ich will die Jetzt mich verarschen Also mit der Pistole bin ich eigentlich nutzlos im Spiel Gib mir die Granaten Werfer Dings da Ah! Boah! Mini! Der nimmt einfach meine Granaten Guck mal Hier ist er Dieser Saftpresser Dino Scheiße Wow Was ist das denn da? Ich weiß Schuhe ist das nicht mehr Aaaa Ah Hahahaha Du bist auch immer schon mitgenommen Von dem roten Tee Boah, willst du mich verarschen, du Scheißspiel? Ich spreng mich einfach mal weg. Das ist auch so schlau. Und warum denn nicht was schlecht? Er will mich schützen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, die hat mir mein Herz geklaut. Alter, ich verklage die alle wegen Körperverletzung, die Wichser. Ja, ich hab mich doch schon gewusst. Oh mein Gott. Na, egal. War das zu erwarten. War das zu erwarten. Ich glaub ja. Und das war auch zu erwarten. Das ist doch super. Alter. Ich hab halt so wenig Griff hier. Kennen Sie Zeit. Ah, ich hab ein Schoppi. Ach, willst du es gar nicht schaffen? Ach. Down weg. Down weg. Down weg. Down weg. Ich komm hier nicht hoch. Ich triff die nicht. Und außerdem hab ich nicht so viel Handy. Oh, da schreit mich jemand an. Na, egal. Oh mein Gott. Wenn ich jetzt sterbe, ey. Ich reiß mir selber den Nippel ab. Ach du Scheiße. Ah, Dapper. Ihr Nutten. Nein. Ja, gerade er ist gestorben hier. Töte mich nicht. Ich bin ein ganz Lieber. Ich bin ein ganz Lieber. Na ja, egal. Also, so genug hab ich das Spiel verlassen. Ich spiel jetzt weiter. Ist mir egal. Ich brauch. Top. Und. Mech. Immer mit Peinen. Super. Nein. Nee, das ist draußen. Oder? Ja, draußen. Okay, gar nicht. Komm her. Alter, ich werde hier angeschossen. Das ist nicht gut. Nicht gut. Und das ist auch nicht gut. Aber das ist gut. So. Barek. Ja. Ja. Eins zieht einen in die Keks. Jetzt krieg ich einen Keks, oder? Krieg ich einen Keks? Warte. Krieg ich auch einen Keks. Einmal zu. Etwa. Krieg ich einen? Nicht. Ich glaub nicht. Kapitän. Alter. 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 Ich kann mir auch nicht... NOOOOO! Oh mein Gott, ich versichne... OOOH! Waaah! 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 Na ja, dann... So... Aua... Aua... Und... Weiter geht's? Ich... Komm... Jetzt... So... Ja... Ähh... Okay... Pest! Ja... Bin... Judic... Ey, ich hab' ne... Super... Große... Anzahl an Wörtern... Das merkt man... Gleich... Warum überhaupt... Tee, girls... Warum überhaupt Tee, girls... nicht und haben das war zu erwarten na ja egal ich bin da Warte da! Au! Ja, spreng mich runter! Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber egal. Ich glaub, das geht nicht. Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Yeah, 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 yeah! Stopp, stopp, nehmen! Kann ich irgendwen so noch hoffen? Ne, hab ich nicht gehört. Oh, der wechselt mit mir alle Warten weg. Und es muss natürlich sein, dass die mir das wegnehmen können. Ja, pfff, so ein klarer Scheiß. Ahhhh! Ahhhh! Ich hab's mir in Kommandor 1 Treffpunkt lässig. Verpest dich doch einfach mal! Hast kein Bock! Ja, nein, so scheiße zu machen. Ja, schon, ne? Du Wichser! Mann! So, jetzt reicht's mir. Kein Bock drauf auf die Scheiße! Ich! Treffend ist! genug. Basta! Nee! Und hammer Buddy! ich habe keine Munition mehr das ist doch durfte ich kann immer anknallen werde mich selber aber das bringt nix jetzt musst du gleich sehen den kommenden Jahr geben naja so dann darüber den Wichser ab na na komm her komm her komm her komm her ich hab noch Rüstung nicht her komm her komm her schon wieder leck mir die eier woher guter nicht also das hatten wir ja nicht umschießt ihr darauf zu schießen alter ich hab gesagt er darf zu schießen ich bin ein mich kann niemand schaut mal wie viel leben ich hab und ich überlebe noch ich überlebe noch ich überlebe noch ich überlebe noch oh mein gott ich überlebe noch ich überlebe noch ich hab mich selbst getötet da steht die 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 lassen sich ja nicht in Ruhe halte mich fest wollen mich vergewaltigen und so weiter klar ja abwärts jetzt hat er mir Hilfe gegeben aber ich kann ausweichen und Fertig das ist jetzt nicht und diese 15 ja h ich denke die Schild meine mein meine K Scheiße, warum bin ich so einer? Alter, du Pissdecke! Jetzt habe ich langsam keinen Bock mehr. Egal. Ja, gut, ne? Egal. Wenn ihr wollt, können wir mich abonnieren, wenn nicht, dann ist es natürlich blöd. Ich habe jetzt 21 Abonnenten, damit wollte ich mich bedanken und bis zum nächsten Mal bei T-Worlds. Super. Ciao.